so und damit herzlich willkommen zu einem neuen let's play von mir dem meddy auf diesem kanal diesmal ist es wieder ein kein normales let's play sondern ein let's play demo die reihe solltet ihr hoffentlich kennen falls ihr schon ein bisschen länger auf diesem kanal seid und yo falls mein mikrofon jetzt ein bisschen anders klingt ich muss mein altes setz nehmen weil mein neues hat sich wohl scheinbar gerade in Schiff keine ahnung wie oder was wir sind kabel ist nicht zu sehen keine ahnung wie auf jeden fall wir spielen adventures of shaggy in der demo-version da von steam runtergeladen und wir starten noch mal zur steuerung können wir uns die auch noch mal angucken ups nein das ist falsch controls enter adventure button vsd und space to jump die steuerung so an sich gefällt mir naja mal sehen vor allem da man hier in dem menü noch mit pfeiltasten rum gehen muss die musik hier ist richtig porno das spiel kostet im ganzen zehn euro falls ihr es euch kaufen wollt ich erst mal dafür leck mich enter right the platform mir geht davon fast gar nicht schnell auch kann aber weit springen ja schon fast rüberspringen nein 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 ja das ist grad ein bisschen einfacher ja ja endet rücken In a spin, try pressing enter to rotate this level in the direction you are facing. This is the action button and you will find often... No, no, no. Okay. Should I just read it? Thank you. Spin to your hearts. Okay. Okay. Ähm, nochmal ganz kurz zu dem LP hier zu sagen oder Let's Play Demo halt. Okay. Wo komme ich denn da nicht hoch? Double Jump geht auch nicht. Äh, ja. Einfach mal das machen, was man liest, das ist auch gar nicht mal so verkehrt manchmal. Hä? Ja, wollte ich denn hier. Doi. Haha, verwirr mich doch nicht. Oh my God. Das ist so simpel und irgendwie auch nicht. Da will ich nicht rein. Okay, doch. Außerdem bleibt mir keine andere Wahlgeschäftet-Level, nur wenn ich da reingehe. Na, verdammt. Ja, genau so. An sich scheint das Geld schwer zu sein. Ich habe auch schon gesehen, dass ein paar mehr Leute dieses Spiel gar nicht mal so schlecht finden. Und da das hier scheinbar auch ziemlich weit geht. So, ach, fängt nicht. Ich schalte hier erst wieder. Aha. Ja, ich habe den Text jetzt nicht gelesen, ne? Also, nicht wundern. Oh, ach so. Wer von mir? Ah, okay. Nein. Ja, ist ja schon gut. Ich mache schon. Na, loskommt noch weiter. Scheißzeit. Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Jetzt läuft sie da hin. Nein! Ach, du Spasti! Entschuldigung. Mein Gott. Jetzt warten wir wieder. Fahrten, warten, warten, warten. Also, ähm, Ton habe ich, habe ich Ton schon gesagt? Ton wird nicht aufgenommen, da weiß ich nicht. Dadurch, dass ich noch XP-User bin, wird das... Hä, ich darf nicht mal auf den Rausspringen, wo sich denn da sonst entspringt? Ein Gott, nicht chill mal hier dein Leben. Aber muss ich zusehen, dass ich nie ausweiche will. Ja, ähm, ich bin... Ich habe noch XP und irgendwie... Naja, mit Windows 7 ist das erst so richtig, finde ich, besser mit dem... Äh, tonaufnehmen und so. Ja, genau. Ja, geht zu. Komm. Ja, schön, ich bin sowieso durch hier. Ja, nicht zu weit. Danke. Key found. Yeah, Gallery. Oh, in der Gallery. Schade. Schade. No. Hm. Kann das sein? Ähm, ich dachte gerade, die Kette hat damit irgendwas zu tun. Hm. Aber der... Kristall fällt auch hierher geil sein. Nee. Hm. Kann leider nicht beeinflussen, in welche Richtung. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, das reicht doch erst mal als kleines Antesten der Demo. Gut, eine Demo antesten ist schon mal eigentlich sehr doof, aber ja. Äh, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn's heißt, let's play Demo. Und tschau, Leute. Juno. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir werden konnten mal als kleinesi Ant sten, ja. 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 Ja.